okay Kieskies da um hübsch so dann mach ich hier kommt denn das was das wird ja schon wieder nacht ja dann baue ich das halt andermal die Farm so ne Schaufel für mich ich bin der Mörder hier cool die haben ja ne neue Kampfanimation cool komm ich baue jetzt ein bisschen weiter also zack nochmal also ähm eins zwei ach komm ich muss ich grab das gleich aus zwei drei vier fünf sechs sieben acht na hast du mich gesehen Windfische ich hoffe ich klinge jetzt nicht so gelangweilt weil ich muss halt auch manchmal ein bisschen leise sein will ich ja nicht alleine wohnen da kommt dann das so wasser hin hier kommt dann auch wasser hin hier auch ich glaube das mache ich dann so okay der da soll nicht so okay nur noch umzäunen wird nicht reichen ja so kann man direkt darauf platzieren alles klar ja so wollte ich das ja okay sieht aber schon ein bisschen aus wie ne Farm ne ein paar ziegel habe ich wieder so 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 ach raus kommt später Farm ist wichtiger Kies habe ich jetzt auch genug gebraucht verbraucht ich habe noch ein bisschen mehr davon ein bisschen mehr ein bisschen mehr ein bisschen mehr ich glaube ich mache auch jedes mal ein save von der Welt und wenn ich dann Bock habe mache ich dann weiter wenn ich mal sterbe machst du bei hier spinster zack zack und mal gleich schon Level 30 finde ich schon mal schön und dann brauche ich jetzt noch ein bisschen wasser mal das ist ein dicker fitter klumpen Moment das will ich nicht so ich habe keinen Bock auf so eine Strömung so dann könnte jetzt hier immer was hin und hier sollte hier eine unendliche Quelle sein ja hier hey ok ok sieht schon etwas schöner jetzt hier aus mit so einer kleinen Farm dann nach super so na Jipp Okay, so, das halten wir schon mal Ich bin jetzt schon wieder etwas leise, aber kann man nichts machen Okay Kriegt man dafür Ja, kriegt man Oh, nice Okay, dann nehme ich jetzt mal Jetzt kommt wieder die traurige Musik Was ist los? Das gibt's doch nicht Ich mache ein Schwert Und ihr fragt euch warum 3, 2, 3, 1 Bam, bam Bam, bam Bam, bam Ach komm, noch ein bisschen Holz geht Okay 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 Schumann der Gästekiste ja genau es bräuchte noch ein paar sticks ach ne doch nicht geht es ja nicht so ne das sind es ja dieses helle ich will die dunklen brauchen ein bisschen mehr davon sollten reichen Sticks kann man immer gebrochen okay da habe ich jetzt ein paar Zäune okay war schon wieder Tag ich baue jetzt nämlich pass auf jetzt kommen die Half Steps zack das sind die Zäune dazu natürlich nicht ich mach jetzt einfach so mal hin und her zu wechseln ich weine gleich na kann ich nicht so zack zack okay die Half Steps haben nicht gereicht werden nicht reichen manche haben schon gesagt die finden das Texte weg hässlich aber wie gesagt mir egal ist es wird dann auf jeden Fall die Farben sondern würde ich sagen schön sammeln aber ja noch reichen platz ich mal hier was an ok ja ist so ganz okay finde ich da konnte meine wille hindi von da von dem baum bis da zu diesen etwas so am block geht ok ok leute dann sehen wir uns im nächsten part mit dem gast tschüss